Herzlich Willkommen zurück zu Engineers mit LeGoro bei... Herzlich'n... Harz... Herzlich Willkommen... Hallo... Ein herzlichen wünsche ich Ihnen, ein herzlichen... Ich wünsche Ihnen ein herzlichen... Herzlich Willkommen zurück... Euer Quoten-Beier wieder hier... Herzlich Willkommen, Madlz... Madlz... Jetzt geht das Ding schon mal schneller... So... Boah... Das geht hier alles so... Nicht... So... Nicht... Gold-Powder... Meine Fresse... Gold... Seine Fresse, ey... Seine Fresse will ich nicht haben... Hat er nicht gesagt... Hat er nicht gesagt... So... Warte mal... Wie komme ich denn jetzt da an den Strom ran... Kratsching... Kratsching... So wie das Lied aus der Super-Perferator-Wärmung... Lalalala... Huch... Warum kommt der Sauhund das nicht ab... Du Sau-Sau... Einige dann den Sau-Sau... Andere Tau-Tau... Huch... 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 Ich stelle die einfach nur so dahin immer... Huch... Kann man also Sore Kack... Zu D20 hat sich in Star Wars auch immer überall angelockt. Der Sauhund. Dieser Sauhund. Überall immer sein Ding in das Dong gesteckt. Pervers. Ekeler. Ist das so, ist das sowas, wo du jetzt denkst, okay, gut, später werden Roboter alles übernehmen? Oder bist du so einer, der sagt, ne? Weiß nicht. Liegt am Menschen, ne? Wenn der Mensch immer weitermacht und die Roboter immer intelligenter werden, kann das schon passieren. Also du bist so einer, der sagt, es ist möglich. Tja, wie gesagt, liegt am Menschen. Wenn der Mensch weiter so doof rummacht mit den Dingern, also dass die wirklich immer intelligenter und selbstständiger werden, dann ja. Scheiße, Nephi. Was denn? Hier brennt das Öl. Wo brennt das Öl? Hier bin ich scheinbar rausgekommen. Hier sind ganz viele Fackeln gesetzt, aber hier brennt das Öl. Hier brennt das Öl? Eckhard, Werni. Wir haben echtes Problem, das Öl brennt. Dahinten, wo du den Tank mal hinbauen wolltest? Ne. Das wäre witzig, wenn du das Öl brennen willst. Was für Öl brennt denn? Hier in so einer Hülle. Ich komme auch jetzt nicht raus aus dem Öl. Du brauchst ja den Power Suit. Okay, ja. Und jetzt sterb ich gerade, warte. Stirbst du eh? Ja. Okay, jetzt habe ich mich rausgegraben. Aber durch Lava stirbst du da auch nicht. Ne, aber man ertrinkt trotzdem. Beziehungsweise nicht ertrinkt, sondern es war mehr dieses an einem Block kleben. Kleben, genau. Ne. Okay, wo geht das hier raus? Ah. Hier hinten. Interessant. Interesting. Was man alles so auf so einer Erkundungstour sieht. Crossfield, Control, Sockets. Eee. Ich freue mich aber, wieder da zu sein. Kommen zurück. Minecraft Engineers. In the world. In the world. With two men. And a honey foe. Das klingt so falsch. Ultimat Kabel. Boah, ist das nervig. Boah, ist das nervig. Die Kabel sind wirklich richtig nervig. Richtig nervig. Redstone. Wir fehlen, also entweder wir fehlen diese Circles, die man aus Eisen und Redstone macht. Na ja, du musst jetzt, wie gesagt, nur noch hier starten. Dann pumpt der ab und dann hast du alles drin ins Deck. Also beim Redstone musst du halt nur Eisen und Redstone reinlegen. Und hier musst du ja auch noch Eisen reinlegen. Und Kohle. Genau, das ist der Stil. Hier geht das jetzt auch schneller. Aber entweder, aber entweder mir fehlt das oder mir fehlt Obsidian Dust. Aber jetzt, wenn das jetzt so automatisiert ist, dann könnte es sogar funktionieren. Obsidian Dust fehlt dir? Ne, jetzt gerade nicht mehr, aber... Also ich mache einfach trotzdem ein Stack rein. Mach ein Stack rein, Nefi, komm. Rutschelt schon. Mach doch einfach ein Stack rein. Dann passt das. Dann fahren wir los. Dann fahren wir los. Jetzt holt sich jeder nochmal ein Eis und dann reiten wir los. Santa Marias Bruder, Santa Claus. Du kennst den Film auch auswendig, ne? Was? Du kennst den Film auch auswendig. Aber so oft habe ich ihn gar nicht gesehen. Der ist halt nur so gut. Der ist so gut. Das ist halt... Das ist ein echter witziger Film. Deswegen, wenn ich könnte, würde ich den auch mit meiner Freundin gucken. Aber die wird das wahrscheinlich nicht so witzig finden. Weil sie den nicht versteht, oder was? Ja, genau. Wobei mit Untertiteln. Aber selbst dann ist das auch nicht so witzig. Gibt es dänische Untertitel bei dem Film? Bei nem Film oder bei dem Film? Bei dem Film. Ne, bei dem Film nicht. Dann müsst ihr auf Englisch gucken. Ja. Aber selbst dann kommt er nicht richtig rüber. Warum kriege ich auf und zu Schaden? Weiß ich nicht. Wo bist du? Wo soll ich sein? Ich finde das nicht. Ey! Wo ist er? Den finde ich. Ich finde das nicht. Den finde ich, ey. Wo hängt er? Wo ist er? Hast du das nicht? Ich finde das nicht. Ey, ne, wie hast du das? Ich finde das nicht. Jetzt sind wir auf, ey. Das ist nicht witzig. Goro. Wo bist du? Was ist er? Ey! Du bist nicht immer noch nicht. Ja! Wo kommst du denn her? Boop! Du bist unsichtbar, du Nase! Was ist das? Kamouflage im Anzug. Kamouflage, ey. Und ich nur so, hä? Das ist richtig geil, das Ding, ey. Ich wurde richtig panisch. Ach, wieder ein Spießchen gemacht. Ja, toll, ey. Hast du wieder... Ein Spielzeug? Hast du wieder ein Spielzeug, ey. Kamouflage. Das hat mich so angelächelt. So Dinger macht der Goro ja nicht, weil das ist nämlich unwichtig. Und das macht er nicht. Eigentlich bin ich auch für jeden Spaß zu haben, aber... In meinem Powersuit, ey. Alarm. In meinem Powersuit ist Alarm. In meinem Powersuit ist Alarm. Wieso hast du einen Furz? Alarm! Oh. Nephi? Ja. Ah, okay. Hast du dich hier als Sirene wieder angemacht? Ja, und ich dachte aber auch kurz, dass hier... dass mein Modpack abgeschmiert wäre. Hat auch kurz gelaggt. Deswegen sag ich Nephi. Osmium, ey. Ist das eine leer, ist das andere leer, ist das eine leer, ist das andere leer. So, hier brauchst du jetzt Osmium? Ja. Osmium Doost. Tu hier aber einfach einen Crusher rein. Osmium Doost. Ist hier nicht drin, okay. Ulti. Ah. Doch, war lustig. Ja, ne? Du kommst immer noch. Kannst dich immer noch dafür ein bisschen feiern, ne? Feier dich noch, solange es kannst. Ich werde dich finden. Ah, nein. Kann ich irgendwas machen? Anti-Kamouflage oder so? Anti-Kamouflage. Das wäre ja geil. Ich gucke mal in den Anzug, ob es sowas gibt. Äh. Kamouflage, ey. Wo ist das drin? Das ist im Kopf drin, ne? Das ist in der Brust. In der Brust? Ja. Kamouflage. Da ist er ja aktiv. Active Kamouflage, ey. Nephi. Ah, da habe ich ja auch Bock drauf, ob das bei dir auch funktioniert. Okay. Will ich's wissen. Ich weiß nicht. Ich habe Bock drauf. Ich habe bloß mal diesen Lightning Summoner auszuprobieren. Ne, der geht nicht. Den habe ich schon ausprobiert. Was hast du eigentlich noch nicht ausprobiert? Das, was ich gerade baue. Der Lightning Summoner, der braucht irgendwie so viel Strom. Und ich glaube, so viel haben wir gar nicht im Anzug. Meine Kühe sind alle gestorben. Das macht so ein Schlachthaus leider. Aber die werden nicht aus... Also das hier wird nicht weggepumpt. Das ist ein bisschen doof. Das ist noch nicht alles... Das ist noch alles in der Beta hier. Control Circuit. Habe ich noch ein Control Circuit hier drin? Ich habe doch eins hier reingelegt, oder? Nein! Ich könnte das alles schön mit der CPU hier automatisieren, aber ich bin gerade zu faul, das zu machen. Die Kühe haben sich gerade geliebt. Geliebt? Mhm. Okay. Das, was du und ich auch tun. Hast du das Speed Art von uns gesehen? Ja. Habe ich noch retweetet, du Vogel. Hast du das auch retweetet? Ja. Warum sagst du du Vogel zu mir? Weil ich der erste Mal, der es retweetet hat. Von uns beiden? Guckst du jetzt nach, oder? Nein. Alarm. Oh nein, du bist Camouflage. Nein, ich bin nicht Camouflage. Du bist in der Camouflage drin. Nein, ich stehe hier am Table, Mann. Wir haben hier nicht gelauft. Du bist in der Camouflage. Ich gelauft. Jetzt ist er wieder ein Paraloid. Jetzt ist er in der Camouflage. Warte mal. Kommen wir hier zu mir? Ja. Da bist du. Warum wusstest du das? Du hast die Laufdinger gesehen, ne? Was? Du hast die Laufdinger gesehen, ne? Oh, warte mal. Das könnte ich mal testen. Wie hast du mich gerade gesehen? Du hast diese Partikel am Boden gesehen, ne? Ja. Warte. Siehst du mich nicht? Was? Siehst du nicht die Laufdinger? Doch. Du bist durch die Tür gegangen. Hier draußen bin ich. Auf dem Weg. Warte. Da hinten bist du. Hier hinten. Das ist doof, weil ich meine eigenen Schritte sehe. Da ist er. Jetzt läuft er nur noch mit dem Ding rum. So, warte. Meine folgen zukünftig im Blind-Modus. Ich habe mich gehauen. Nein, ich glaube, ich sehe meine eigenen Fußspuren. Ich nehme das Ding lieber wieder ab. Alter. Alter, ey. Alter, ey. Alter, ey. Wenn ich mir Computer-Craft auskennen würde, würde ich das auch noch machen? Oder wir fliegen demnächst zum Mond. Ja, warte, dann. Ad Galaxy-Craft. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Aber er ist in der nächsten Folge. Ich habe das nämlich auch noch nicht gemacht. Hallo, lautes Auto. Lautes Auto, ey. Was ist das da? Alarm. 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 Alarm, wieder ganz andere Maschinen. Ja doch, das machen wir dann. Das machen wir dann. Also, da machen wir auch noch ein extra Haus für oder so. Oder so eine Rampe. Ja, so eine Abschlussrampe. Ja, genau. Lass mal irgendwo in der Nähe hier. Hier oben drauf oder so. Hier im Wald. Wir gucken mal, wo wir es hinbauen. Platz haben wir genug. Also, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, wa? Also, bis dahin, Leute. Bleibt sauber. Oh mein Gott. Tschüss. Tschüss.